Noch wird der Jüngste vom Weltmeister angeschoben, vielleicht schon morgen, ist er der Weltmeister. Nur über harten Trainingsfleiß kann Hendrik sein Ziel erreichen. Hast du überhaupt die Möglichkeit dazu? Ja, ich muss fahren in Hamburg, immer hierher fahren, das ist eine Stunde Fahrt. Das ist ja eigentlich ein teures Hobby für dich, bezahlt das dein Vater alles? Ja. Oder machst du nebenbei auch so kleine Hilfsdienste, sodass du dir ein bisschen Geld verdienen kannst für diesen Sport? Nein. Wer ist denn nun dein Vorbild? Ich bin Müller. Und welche Zielsetzungen hast du mal? Was möchtest du denn mal groß werden im Speedway-Sport? Du bist ein Weltmeister, entweder im Sandbahn oder Speedway. Bis dahin ist es sicherlich noch ein langer und dornreicher Weg. Doch wer so hoch hinaus will, orientiert sich natürlich am Champion.